Liebe Basketball-Fans von BZM, ich hoffe, dass ihr zahlreich nach Langen nächste Woche strömen werdet. Das, was ihr hier momentan erlebt, ist, dass wir das viele Spiel in Folge gewonnen haben mit Pokal. Was ihr auch seht, ist, dass die Mannschaft niemals aufgibt und das ist größtenteils auch wegen euch. Sie spielen nicht nur für sich, sondern auch für euch. Wir hoffen, dass ihr uns zahlreich unterstützt, damit wir genau das Gleiche auch in Langen abliefern können und dann hoffentlich auch mal wieder das glückliche Ende haben, um die Serie ein bisschen auszuweiten. Die Schilderung wird auch mehr für die Spitze von BZM. Der ZDF-N � Madrid ist heute um 18.000 Euro für die DERM. Die Schilderung wird auch schon ein paar Jahre alt. Die Schilderung wird auch gut geführt, wie sie, den Schilderung wird und die Schilderung wird aufdachet. Und dann um 2.000 Euro für die MVerbund gaspredet, damit wir noch nicht mehr als Absatz sind und eine Flischung schaffen. Und dann auf diese Grafik ein paar Mal wieder zu absolutencji. Die Schilderung wird auch schon voll und abgehört. Vielen Dank.